Wir haben das Jungfrauenkloster besucht, erbaut im 16. bis 17. Jahrhundert und es ist sehr frühlingshaftes schönes Wetter. Was hat Ihnen gefallen? Vor allem die goldenen und leuchtenden Zwiebeltürme der Basilika. Was haben Sie zum ersten Mal hier gesehen? Ikonen habe ich das erste Mal gesehen. Und solche filigranen Zeichnungen auf Lindenholz. Was meint Ihre Weggnöchen? Ein sehr schönes, abgeschlossenes Kloster in kompletter mittelalterlicher Anlage präsentiert sich bei strahlendem Sonnenschein unter blauem Himmel und zeigt sämtliche Gebäudeteile. Das ist sehr schön. Aber von hier kann man auch entschuldigen. Entschuldigung. . Das ist sehr schönes, es ist sehr schönes. Drei Mal müsste ganz Berlin-Metro vorne am Tag kommen, 9 Millionen zu kommen. Das ist Nina? Das ist Nina. Das ist Nina. Die Partner hier mit dem Gewinn. Der Wiss der Wiss der Wiss der Wiss, nicht in dem Liedsrader. Der Wiss der Wiss der Wiss, nicht in dem Liedsrader. Er hat auf Bistur us吧. Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Was wollen Sie sagen, Frau Сергеевна, für die Zukunft, für die Kinder? dass er sein soll? Er hat sich für die Mutter geholfen. Er hat sehr lieb seine Mutter geholfen. Lieb, ja? Ja, lieb. Ich denke, dass es so ist. Ich denke, dass es so ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt nicht. Wirkenen, es muss. Ja, ja. Ich habe die Belegung. Das ist ja so. Das ist ja so. Das war eine Aufmerksamkeit. Das ist das, was ich jetzt hier ist. Spannungsgeladene Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank.